Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich hier wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Es gibt nämlich ein neues Toy hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt. Und zwar befinde ich mich hier auf der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel. Und hier unten, wo ich gerade stehe, bei 52,67, also sprich hier, bei diesem Koch-Daily-Typen, gibt es ein neues Toy und zwar, wenn wir hier einmal gucken, heißt das gute Stück heißes gebrötetes Popcorn. Und das können wir uns für 50 Marken kaufen. Und ich bin hier aus einem gewissen Grund auf den DH gegangen, denn ich habe jetzt mit den anderen Chars nicht großartig Marken rumliegen. Und ich dachte mir, ich hole mir das relativ zügig und ich kann euch einen Weg zeigen, wie ihr quasi schnell an eure 50 Marken rankommt. Und zwar habe ich mir davor im Auktionshaus hier 100 von diesen Dolchmahlfischen gekauft. Und ihr könnt die hier übrigens auch angeln, wenn ihr keinen Bock habt, die einmal quasi zu kaufen, weil die sind doch ein bisschen teuer im Moment, weil das sehr, sehr viele machen. Keiner hat hier großartig Bock, quasi diese Fische zu angeln. Und ja, wenn ihr Gold machen wollt, geht das sicher auch hier relativ gut. So, jetzt zum kleinen Tipp und zwar, ihr kauft euch für 100 von diesen Fischen, die ihr hier angeln könnt oder Maha kaufen könnt, einmal diese Schatzkarte. Dann kriegt ihr eine Quest. Und der eine oder andere, der jetzt hier quasi schon den kleinen Transmog-Handel gemacht hat, weiß, dass man darüber relativ viel Gold machen kann. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, ich werde euch einmal einen Transmog, oder was heißt ein Transmog, einen Goldguide verlinken, beziehungsweise dann auch ein Ergebnisvideo. Das übrigens, glaube ich, gestern kam das. Ich habe vor einer Weile nämlich schon mal ein bisschen was aus dem Postkasten geholt und dann seht ihr auch quasi, dass sich diese Replica-Gears, Gearteile auch relativ gut verkaufen. Was wir jetzt hier machen, ist einmal eine Questreihe, die wir uns eben jetzt hier über die, beziehungsweise keine Questreihe, sondern eine Quest ist, die wir eben hier über diese komische Schatzkarte uns geholt haben. Und zwar war der erste Hinweis hinten in dem Zelt, also sprich hier unten in dem Zelt, ne? Und der zweite Hinweis ist jetzt hier oben in so einem kleinen Sandkasten bei dem kleinen Tiger. Und ich denke mal, die eine oder andere dürfte die Quest hier schon kennen. Die könnt ihr übrigens nur ein einziges Mal mit einem Charm machen. Deswegen habe ich mir hier den Demon Hunter einmal rausgesucht, weil ich mit dem relativ sicher die noch nicht gemacht habe. Da gibt es übrigens auch ein Skriptbefehl, wo ihr checken könnt, ob ihr es schon gemacht habt oder noch nicht mit dem Char, ne? Alternativ solltet ihr jetzt keinen Twink mehr haben, der das Zeug hier noch nicht gemacht hat. Dann könnt ihr natürlich auch die Dailies hier machen, was ich euch nicht empfehlen würde, weil ihr kriegt immer eine Marke für eine Daily oder auch zwei. Und das dauert ziemlich lang. Sonst würde ich euch empfehlen, diese Dunkelmond-Jahrmarkt-Dinger zu kaufen, die man einlösen kann. Also quasi, man kann ja hier diesen Abenteuerführer quasi von der Dunkelmond-Jahrmarkt-Insel mitnehmen und dann kriegt man überall in Dungeons, in BGs, in Raids, extra Loots zum Tagebuch des, keine Ahnung, Schlachtleitlers oder irgendwie so, wie das heißt, keine Ahnung. Und da so ein Zeug kriegt man da. Die kann man aber auch alle im Auktionshaus kaufen. Und wenn ich es hinkriegen sollte, dass ich auch quasi meinen Gold-Guide einmal verlinke, dann seht ihr da auch, ja, wie die Items heißen. Da habe ich so eine Shopping-List auch drin für die Items, also für TSM. Da kann man das relativ bequem dann aus dem Auktionshaus rauskaufen. Und dann kriegt man quasi diese Marken dadurch. Ich glaube, da gibt es verschiedene, also aus manchen kriegt man fünf raus, die man abgeht. Aus manchen sind es zehn und dann gibt es nur welche mit 15. Also es gibt da schon genug Quellen. Wenn man natürlich diese Quest, die ich jetzt hier mache, die man einmalig, wie gesagt, machen kann, macht, dann kriegt man gleich 100 und dann hat man es auf jeden Fall drin. Dann kann man sich sogar noch ein günstiges Replika-Item kaufen und kann noch ein bisschen extra Gold machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Es war die hintere Flagge, also die hier, und das ist nämlich das Teil, was am trickysten ist. Und zwar hier beim Licht irgendwo unten war das da. Ach ja, schau hier. Das siehst du nicht, wenn du nicht weißt, wo es ist. Also das ist echt richtig tricky hier an der Stelle. Und jetzt müssen wir uns noch den letzten Schatz besorgen. Und zwar ist der einmal dahinter. Also müssen wir wirklich über die ganze Insel laufen. Das ganze Ding dauert nicht lang und ihr kriegt halt relativ schnell die Sachen. Also ich habe jetzt 6.000 Gold für die Fische gezahlt. Es ist sehr überteuert, liegt aber alleine daran, weil ich sie mir jetzt gleich mit Start gekauft habe. Also vor 13 Minuten ist quasi der Jammer gestartet. Und wo ich mir das gekauft habe, hat quasi die keiner schon hier angeln können, sondern die sind noch vom letzten Jahrmarkt und die hat jemand extra gebunkert, um dann extra Kohle zu machen. Und ja, ich bin halt der Dumme, der die sofort gekauft hat und dem jetzt einen Haufen Gold beschert hat, einfach um mir schnell das Toy holen zu können und um für euch schnell das Video machen zu können, dass ihr quasi morgen... Ne, ich habe das Mikro nicht verstellt, sondern ich bin einfach nur ein bisschen heiser gerade. Deswegen bin ich nebenbei noch im Stream. Ich glaube, ich habe den Chat auch noch mit angelassen. So, jetzt haben wir einmal die Kiste gelootet und aus der Kiste müssten wir jetzt unsere Abzeichen rauskriegen. Und da habt ihr gesehen, 100 Stück. So, da haben wir sie. Jetzt warten wir einmal auf ein Ding auf, auf den Wasserschreiter. Hier haben wir den Maximals Favorit quasi gesetzt. So. Es kommt ab und an bei mir vor, wenn ich den ganzen Abend streamen. Und jetzt haben wir ja auch schon 0 Uhr, dann werde ich ein bisschen heiser und ja, dann verändert sich die Stimmlage immer ein wenig. Ist ein bisschen nervig, aber da müssen wir jetzt durch. So, jetzt reiten wir einmal zurück, kaufen uns das Popcorn und gucken uns das nochmal an, was das Schönes kann. Es starren zumindest dran. Man isst einfach Popcorn, also ist jetzt nichts Specialiges. Und wie gesagt, ihr könnt auch alle möglichen anderen Methoden nehmen oder vielleicht habt ihr sogar noch einen Char, wo ihr quasi die Abzeichen noch rumliegen habt. Das Ding gibt es halt wirklich seit BFA erst, also seit dem Pre-Patch. Und da heute der erste Dunkelmond-Jahrmarkt seit quasi dem Pre-Patch ist, könnt ihr das erst seit heute kriegen, das Ding. Wer jetzt vielleicht nicht weiß, wie das mit dem Dunkelmond-Jahrmarkt funktioniert, und zwar immer am ersten Sonntag im Monat ist der Dunkelmond-Jahrmarkt genau für eine Woche. Also sprich, ihr seht hier, der erste war ein Mittwoch, dann ist der erste Sonntag im Monat hier der fünfte gewesen und das geht quasi genau die eine Woche. Und so lange könnt ihr hier auf die Dunkelmond-Jahrmarkt-Inseln und der Eingang ist einmal für Allianz VSW, also sprich bei Goldshire. Und als Hordler ist es in Malgor. Da habt ihr einmal quasi einen Eingang, warte, ich kann es auf der Map auch einmal kurz zeigen. Ihr habt auch das Symbol, also ne. Hier, warte, wenn man auf die Weltmap geht, habt ihr es gerade gesehen. Hier habt ihr das Symbol. Und hier ist es, glaube ich, bei der Horde in etwa. Also ein bisschen unter Donnerfels quasi. Kann man eigentlich kaum übersehen. So, wir kaufen jetzt einmal das Popcorn hier ein und lernen das. Und da tut mein Addon auch schon loslegen. Ich habe da jetzt so ein Addon, das immer einen Sound abspielt, wenn man irgendwas quasi an Collectibles einsammelt. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Popcorn, da haben wir es. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher hin. Anscheinend sollten wir da ein Popcorn essen. Bei dir kosten 100 Fische nur 21 Gold. Ja, da hast du halt Luck gehabt. Ich habe es überteuert gekauft. Ist jetzt aber egal. Ich wollte euch das demonstrieren. So, ihr seht, wir essen jetzt hier wirklich Popcorn. Lol. Du sitzt ein und der haut noch einmal rein. Ich dachte, der steht jetzt dran und isst jetzt hier ein bisschen rein. Okay, das war jetzt fast ein bisschen lame, muss ich sagen. Das hat eine Minute Abklingenzeit. Okay, aber es ist, wie ihr seht, wieder ein Toi mehr. Ich bin jetzt bei 471. Und ja, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der auch am Toi sammeln ist und quasi da wieder eins mehr haben möchte. Gut, das wäre es soweit vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich gucke, dass ich die Links unten reinpacke. Sollte ich es vergessen, ermahnt mich gerne in die Kommentare. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.